Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon Sicherungsgurte an und zwar sind wir heute im Kletterpark. Das seht ihr ja hier schon. Hier ein sehr schöner Kletterpark, hier im Wald. Ja, da sind wir heute, haben gerade das Training absolviert und wir starten jetzt in den richtigen Parcours rein. . Wie kommen wir mal? Schöpfe Mama, du machst auch den schweren. So, wir sind jetzt hier beim, ich weiß gar nicht, beim, keine Ahnung, bei irgendeinem Hintern, das sind wir, auf jeden Fall, wenn wir jetzt gleich rüberkommen, kommen wir dann zur ersten Entscheidung, schwer oder leicht, man kann nämlich zwischendurch, immer gibt es zwei Wege, die man nehmen kann, entweder schwer oder leicht, da ist dann, also ich werde auf jeden Fall vermutlich immer den schweren Weg nehmen, weil es einfach mehr, also spaßiger ist, weil es schwerer und zum Beispiel da ist jetzt auch, wenn man den einfachen Weg nimmt, hat man ein Hindernis und kommt zu anderen Plattformen, aber wenn man schwer nimmt, hat man drei Hindernisse und kommt zur selben Plattform, also hat man zum Beispiel auch mit einem schweren Weg dann sogar mehr, mehr Spaß, weil man dann sogar mehr Hindernisse hat. Mal gucken, was Mama macht, ich glaube Mama macht nicht schwer, oder doch, wir werden sie gleich sehen. So, ich gehe erstmal hier rüber. So, wir machen jetzt den schweren Weg und das ist hier das erste, hier auch ein bisschen Armtraining, let's go. So, wir machen jetzt den schweren Weg, das ist hier, das ist hier, das ist hier. So, wir machen jetzt den schweren Weg, das ist hier, das ist hier, das ist hier, das ist hier, das ist hier. So, wir machen jetzt den schweren Weg, das ist hier, 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 das ist hier. So, wir machen jetzt den schweren Weg, das ist hier, 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 das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, erst mal rüberfahren Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin bereit, dann fahren wir mal, let's go, bis gleich So, nächste Etappe, Wir sind花ier, wir sind jetztCom, wir sind jetzt mit responsiv Testing, wir sind jetzt mit dem einen Fuß reißer, wir sind jetzt mit einem Fuß rein und dann rüberfahren Let's go, bis gleich. So, Hürde geschafft. Die nächste Hürde kommt jetzt hier mit einem Skateboard. Da müssen wir uns jetzt mal rüberziehen. Let's go. Böbel ins Gesicht und P-Kloss. Ganz so einfach. Das geht voll auf die Hände. Hm. Das geht voll auf die Hände. Das geht voll auf die Hände. Die Hände hat einen Schein. Da will er den Hände. Ja soll ihn vermeiden. Das geht voll auf die Hände. Und die Hände hat eine Hände. Die Hände hat einen Schein. Die Hände hat einen Schein. Die Hände hat einen Schein. Das war's. Moin, wir haben gerade nicht alle Hindernisse gefilmt, Kameramann konnte die schwierige Strecke leider nicht mitgehen, naja egal, wir sind jetzt hier, jetzt fahren wir nochmal mit einer Seilbahn rüber und dann geht es da hinten weiter, da kommen gleich auch noch ein paar coole Sachen, da kommt gleich noch ein Fahrrad, das ist richtig cool, let's go! So, weiter geht's! So, weiter geht's! So, weiter geht's! Wow, mit dem Fahrrad durch den Hochseilgarten! Uiuiuiuiuiui! Ich komm nicht dran! Nee, ich hab die Kamera... Oh! 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 Und... Tschüssi Kofi! Ach, ist aber cool der Fahrrad! Man kann einigermaßen damit fahren! So, wieder geht's! Okay, jetzt geht's! Ja, jetzt geht's! Ah! Huch, das war nicht ganz einfach. Das war schon, das war nur ein. Du musst das Seil greifen. Greifen, gut, ranziehen. Noch beim letzten Hinhandel in der Rettungsaktion musste durchgeführt werden. Die 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 Rettungsaktion musste durchgeführt werden. Das war's mit dem Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Was fährst du denn? Ja, ich hatte eine Hand an der Kamera. Ja, aber warum fährst du? Ich war noch, ich stand da. Du hast mich voll umgelietet. Und dann fühlt dich gut au. See, Eyez an! 1,2,3 Darin sicherlfend freer backwards. propherius geht es wirklich. Begzt Du hast du dich?